Ja, guten Morgen liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute ist es mein Sonne, der Herr Kussmann, an unserem mehrfaltigen Bauprojekt. Wir planieren ja die Jürgen-Königshochschule. Ich freue mich, dass das jetzt richtig losgeht. Das Jahr 2023 ist noch jung, aber wir sind ja schon seit Leckerem dabei mit den Planungen, mit den Absparen, mit den Gewerken, dass wir hier jetzt knapp 2,6 Millionen investieren und australieren wollen. Davon werden 80 Prozent vom Bund und vom Land bezuschusst. Das heißt, 2,2 Millionen bekommen wir als Zuschuss, als Verteidigentgeber. Und da freue ich nicht, dass das jetzt richtig losgeht. Ich weiß, dass momentan die Arbeiten innen drin entkannt werden, wie das auch manchmal so ist, dass der Altbau, ich habe gerade eben gehört, die Grecke muss da auch so komplett ausgenommen werden. Aber vielleicht kurz dann sagen Sie doch, wie der Plan oder wie das für Zweifelsfall ist. Also im Moment sind wir tatsächlich ein Rohbauarbeiten im Aufzug. Wie man hinter uns schön gehen kann, schreitet ja auch fortwertig wird hier ordentlich voran. Innen drin sind wir am Entfernen. Wir haben natürlich ein Weitbau entsprechend belastetes Material gefunden, aus der Zeit bedingt, was spezial entsorgt werden musste. Da sind einige Mehrkosten in Stadt entstanden, die wir aber ganz gut im Rahmen halten konnten, auch mit entsprechende Vortorge und Nachsorge. Im Moment läuft alles noch nach Zeitplan, direkt aufarbeiten. Die Fassade sind schon bearbeitet, die Samsteinbauer, die Elektriker ist am Rufbau. Teilweise sind Grenzer erneuert worden im Außenbereich. Also sind in unserem Zeitplan noch drinnen auch aktuell noch. Also ich freue mich, dass die Volkshochschule sich jetzt dann in einem Jahr oder zwei Jahre neu präsentiert. Momentan ist hier die Geschäftsstelle im Molleracke-Gelände und am vergangenen Freitag wurde hier die Semester eröffnet. Das Thema Glück. Ich glaube, wir sind auch glücklich, dass wir hier jetzt nach vorne gehen und dass wir es umsetzen. In diesem Sinne, Ihr, Euer Oberbürgermeister Thomas Götz. Ich habe sehr gern die происходит, dass die Zeitgeistisches Schoko bis zum Anfang in der Vergangenheit erschachten. Ich sage schon既 söylen Somebody hier im